Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Bitcoin zeigt sich wenig verändert. Also wir sind weiterhin in unserer gleichen Struktur. Bevor wir jetzt aber durchstarten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr sogar noch benachrichtigt. Ansonsten, wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 40.700 US-Dollar. Es hat sich seit gestern, auch seit dem Livestream, wenig getan. Vielen Dank nochmal dafür. Gestern war wieder ein Top-Livestream. Ansonsten, wir konsolidieren hier einfach, weil ich jetzt schon gesehen habe, ein möglicher Bull-Flag, bin ich ein bisschen vorsichtig einfach. Einerseits, wir hatten hier diesen großen Wig nach oben, der ja schon über hier diese Formation oder über diese Struktur, sage ich mal, hinausging, über diese Konsolidierungsphase. Dann hatten wir noch diesen Wig bei dieser Fettsetzung. Deswegen für mich keine richtige Bull-Flag. Ich gehe momentan eher so davon aus, entweder wir brechen hier nach oben aus, dann mit einer schönen Bestätigung auf dem Monats-Pivot. Mit RSI ein bisschen mittlerweile wieder abgekühlt. Ansonsten haben wir unter uns die 4 Stunden E-Mail-Ribbons, die gehen bis ungefähr 39.800 US-Dollar. Das ist eher so ein Level, was ich da im Auge habe. Warum? Wir haben hier drüben relativ viel, sage ich mal, Konsolidierungszeit hier drüben gehabt. Man sieht es hier in dieser Phase. Viel, viel Traffic in dieser Zone hier. War jetzt ein bisschen hoch angesetzt hier so. Seht ihr einfach, da ist eine Menge, Menge Traffic passiert hier in dieser Zone. Immer, immer Widerstand, Widerstand, Widerstand. Dann mit der Fettsetzung nochmal einen Bounce nach oben. Und jetzt könnte ich mir einfach auch nochmal einen kleinen Bounce hier in diese Zone auf jeden Fall rein vorstellen, bevor wir dann wirklich nach oben hin aussteigen. Also ich wäre hier wirklich vorsichtig mit neuen Trades auch eine Bull-Flag hier einzuzeichnen. Deswegen habe ich sie auch hier nicht eingezeichnet. Eher so Konsolidierungsphase, da kann man es einzeichnen, bin ich der Meinung. Ansonsten, sorry, Stimme ist ein bisschen heute K.O. Wie gesagt, Ares Eye ein bisschen abgekühlt. Ganz normal. Es steht jetzt natürlich das Wochenende vor der Tür. Da auch bitte wieder aufpassen. Also nicht mit überhebelten Positionen jetzt in den Markt reinfliegen. Ihr wisst, Wochenende passiert meistens relativ wenig. Wenn was passiert, dann relativ flott. Und dann sind wir spätestens Montag oder Dienstag eh wieder an den letzten Kursen, wo wir drangeschossen sind. Ansonsten, was ich gestern im Livestream angesprochen habe, die Möglichkeit bestünde, was ich sogar gar nicht so verkehrt fände, dass wir übers Wochenende vielleicht wirklich in Richtung 45k gehen. Diesen Widerstandsbereich noch mehr schwächen, wenn nicht sogar bis 46k. Ist alles möglich. Einfach um diese Widerstandszonen, die hier noch über uns liegen, im Bereich von 46 bis 48k. Absolut Schwächen, Liquidität rausnehmen. Am Montag einen richtigen Downside kriegen. Das wären dann einfach mal 15% nach unten. Und dann vielleicht hier nochmal ein bisschen konsolidieren, bevor wir dann wirklich mit neuem Schwung diese Liquiditätszone da oben rausnehmen. Die ganzen Traffic hier oben komplett zunichte machen und dann wirklich full in Bull-Mode wieder gehen. Ansonsten, erster Step wären hier auf jeden Fall die 45k. Ihr seht es hier drüben immer wieder rejected worden. Deswegen übers Wochenende kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es nach oben gehen könnte. Montag, Dienstag dann vielleicht dieser Rücksetzer wäre einfach so diese bullischste Variante, um da oben diese ganzen Supplyzonen mal aus dem Weg zu räumen. Wäre zumindest so mein Vorschlag, den ich momentan so gehen würde. Mein Bitcoin-Long läuft immer noch oder beziehungsweise meine zwei Bitcoin-Longs laufen auf jeden Fall noch. Ich habe gestern auch noch ein bisschen Profite genommen, 25%. Einfach mal zur Sicherheit, um Positionen wieder ein bisschen rauszunehmen. Sollten wir jetzt hier nochmal ein bisschen runter gehen in Richtung 39, 9 bis 39, 8 werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen oder minimal nochmal nachlegen. Ansonsten wenig Veränderung. Weiterhin gilt dieses Symmetrical Triangle übergeordnet auf jeden Fall. Sieht man auch ganz gut. Wir sind also noch nicht ausgebrochen. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Gleiches Spiel an der Neckline hier rejected worden. RSI absolut übergekauft. Also hier auch jetzt noch in den Trade reinzurennen, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Also mit so einem RSI bei 65 unter Pivot, über 200er SMA. Also gefällt mir überhaupt nicht hier diese Struktur, was hier vorhanden ist. Hier würde ich dann eher warten, bis wir hier auch vielleicht einen kleineren Rücksetzer vielleicht in die E-Mail-Ribbons hier kriegen bei ungefähr 2660 US-Dollar. Wäre ganz gut, um diesen Abtrend weiterhin zu bestätigen, sage ich mal. Wenn es einzeichnen würde, jetzt einfach so nach unten kurz vielleicht konsolidieren und dann mit neuem Versuch abgekühlten RSI und dann nach oben hin ausbrechen. Ja, dann schauen wir uns mal noch Cardano an. Kommen wir auch gleich noch zu den News danach. Cardano hält sich ja auch weiterhin in dieser Phase. Also wir haben es noch nicht geschafft, ein Höheres hochzubilden, was ja extrem wichtig ist momentan. Die E-Mail-Ribbons haben auf jeden Fall erstmal Bullish gefügt. Schon mal ein gutes Zeichen. Gehen bis 0,81.7. Da können wir auf jeden Fall nochmal einen kleineren Bounce eventuell sehen. Bevor wir dann auch hier vielleicht irgendwann mal den Bereich von 0,90 US-Dollar Cent in Angriff nehmen und dann nachhaltig vielleicht irgendwann mal unseren Downtrend verlassen. Also das wäre so die wünschenswerte Variante. Aber Cardano ist weiterhin in dieser Seitwärtsphase gefangen, auch wenn es hier immer, immer mehr nach Bodenbildung aussieht. Solange wir hier einfach noch kein tieferes Tief wieder reinkriegen, ist alles okay hier. Und wir halten uns auch hier am Trend im RSI. Also momentan, mir fehlt hier einfach noch dieser richtig bullische Impuls nach oben hin. Der fehlt mir hier noch, einfach dieser impulsive Move, wo keinem mehr die Chance gegeben wird, noch irgendwie reinzukommen. Und dann können wir auch hier locker in diesen Bereich steigen. Gut, dann Luna können wir uns mal wieder anschauen, haben wir lange nochmal angeguckt. Auch hier weiterhin Downtrend, weiterhin in diesem möglichen Descending Triangle. Auch hier, ich weiß gar nicht, die Mahnzone, 4 Stunden die Mahnzone hält hier auch weiterhin noch. Aber auch hier fehlen die Impulse. Also der RSI hat mittlerweile deutlich wieder abgekühlt auf dem 4-Stunden-Chart, ist schon mal ein gutes Zeichen. Volumen nimmt auch ein bisschen ab. Also hier müssen wir jetzt wirklich warten, wird diese Zone halten. Ansonsten wäre hier vielleicht noch möglich, eine kleinere Long zu probieren mit einem Stop-Loss unter dieser Demandzone. Ansonsten, nächster Entry wäre für mich dann der größere Entry, ungefähr in dem Bereich von 80 bis 79 US-Dollar. Und dann müssen wir halt versuchen, noch diesen Necklein hier nach oben hin zu durchbrechen. Also irgendwie spinnt es heute wieder. Also zu durchbrechen, vielleicht eine schöne Bestätigung sehen und dann neuer Anlauf hier in unsere 4-, 6- und 8-Stunden-Supply-Zone. Das würde ich dann endlich durchbrechen können. Ansonsten, wenig zu sagen, auch hier schauen wir uns FTM an. FTM konsolidiert jetzt auch ein bisschen, nachdem wir hier diesen impulsiven Move nach oben hin hatten. Die 4-Stunden-Email-Ribbons sind hier auch noch Widerstand. Die kleine 4-Stunden-Demandzone hält momentan noch. Auch hier könnten wir sagen, okay, so eine kleinere Bull-Flag, aber dafür ist die schon sehr, sehr abwärts gerichtet. Also auch eher so ein kleiner Downtrend. Volumen fehlt. RSI kühlt ab. Ist vielleicht erstmal ein gutes Zeichen. RSI ist momentan so in dem 50er-Bereich. Heißt, auch hier haben wir wieder etwas Luft nach oben hin zu steigen. Über den Monats-S1, also Monats-Pivot-S1. Und dann hier vielleicht in dieser 4-Stunden-Supply-Zone bei 1,37 Dollar. Das wäre so erstmal das erste Ziel, wenn wir hier Bullish nach oben hin ausbrechen sollten. Gut, dann können wir uns, was können wir uns auch angucken? FTT haben wir uns, glaube ich, gestern auch im Livestream angeguckt. Auch hier für alle FTT-Hotler. Riesiges Symmetrical Triangle, wo wir uns momentan auch am 200er SMA aufhalten. Plus die EMA-Ribbons liegen hier auch noch. Problematisch ist auch hier, RSI absolut in einem hohen Bereich. Also hier jetzt noch eine Long-Position aufzumachen, wäre mir einfach zu risikoreich. Das passt zwar immer nicht in mein Verlust-Gewinn-Verhältnis einfach rein, hier dieses Risiko einzugehen, um hier minimal vielleicht Profit zu kriegen. Dafür ist die Chance zu niedrig, dass wir nochmal in, zu hoch, dann müssen wir nochmal in den Bereich um 40 US-Dollar bis 41 US-Dollar reinfallen. Können wir uns auch mal angucken, was das so prozentual ausmachen würde. Also in die EMA-Ribbons wären nochmal 3%, bis nach unten wären es ungefähr 5,5%. Also da sehe ich dann schon eher die Chancen, vielleicht eine Position aufzumachen, weil dieses Symmetrical Triangle sich dann jetzt auch irgendwann Richtung Ende März auf jeden Fall dem Ende nähert. Deswegen lasse ich das jetzt auf jeden Fall mal in der Watchlist drin. Ansonsten gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Wallet-Adressen, bald leichter lesbar durch ADA-Handle. Also ADA hat auch ein paar Lösungen parat. Artikel werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Genießt das Wochenende, genießt das Bombenwetter. Ich hoffe zumindest, dass es Bombe ist. Morgen früh ganz normales Update-Video. Ansonsten kommt in die Telegram-Gruppe, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Irgendwelche Trades, was weiß ich, alles möglich. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Und wie immer wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und stay crypto.